Hallo ihr heißen Zaubermäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, heute mal ein etwas gemütlicheres Video und zwar geht es mir heute mal wieder um das Thema Selbstständigkeit. Jawohl, das haben wir vor einiger Zeit schon mal so ein bisschen angerissen und zwar mit dem Kleingewerbe und was es da so auf sich hat. Heute wollen wir das Ganze fortführen, deshalb sitze ich hier in meinem kleinen Udo und ganz chillig und werde dann gleich mal hier so ein bisschen aus meinem Notizbuch ein wenig vorlesen. Falls ihr Blättergeräusche im Hintergrund hört, das ist Franzi, die liest gerade. Ja, fangen wir doch an. Ja, aber heute soll es mal so ein bisschen um Zahlen gehen und zwar würde ich heute gerne mal mit euch dieses ganze Fixkosten, dieses ganzen Kostenapparat einmal durchkauen, wie man das am besten aufschreibt, wie man sich das am besten merkt, damit man immer auf dem Laufenden ist, wie die Bilanz ist und Bilanz sage ich schon, wie eure Kosten sind, und dass ihr das immer schön im Blick habt und ja, dies und einiges mehr werden wir gleich mal ein wenig durchkauen. Wie ich im letzten Video schon gesagt habe, ihr müsst auf jeden Fall eure Finanzen im Auge behalten, vor allem wenn ihr ein Kleingewerbe habt. Deshalb, weil wenn ihr über die 17.500 Euro drüber kommt, kommt ihr in die Regelbesteuerung rein, das heißt ihr müsst 19% Mehrwertsteuer ans Finanzamt abdrücken, das heißt ihr müsst auch eure Preise anheben. Damit ihr das immer im Blick habt, müsst ihr auf jeden Fall eine schöne Buchführung haben und das wollen wir dann heute ein wenig durchgehen. Ja, fangen wir erstmal mit den Kostenarten an. Die erste Kostenart wäre die Fixkosten. Fixkosten sind die, die jeden Monat auf euch zukommen, zum Beispiel Miete, Telefon, Internet, vielleicht ein Firmenauto, was gibt es da noch, oder Stromkosten zum Beispiel. Die müsst ihr auf jeden Fall im Auge behalten, denn die kommen jeden Monat auf euch zu, egal ob ihr krank seid, keinen Bock auf Arbeiten habt oder im Urlaub seid. Das Ganze kann monatlich, vierteljährlich oder sogar jährlich passieren. Zum Beispiel die GZ, die möchte vierteljährlich den Beitrag haben, also das müsst ihr dann auf jeden Fall auch mit aufschreiben. Dann kommen wir zu den Variablenkosten. Variable Kosten fallen nur an, wenn ihr arbeitet. Das ist zum Beispiel die Produkte, die ihr beim Arbeiten benutzt. Umso mehr ihr arbeitet, umso mehr Produkte braucht ihr auch. Das wären dann die Variablenkosten. Ja, das ist pro Modellage so Pi mal Daumen 10 Euro, kann man so sagen. Aber den genauen Wert würde ich an eurer Stelle an den Rechnungen ausmachen, die ihr dann sehr gut sammeln solltet und dann innerhalb von einem Jahr oder einem halben Jahr auf jeden Fall schon mal zusammenrechnet und dann den genauen Wert ermittelt. Dann sind natürlich auch noch die privaten Kosten wichtig. Private Kosten, ja, solltet ihr auf jeden Fall auch mit aufschreiben, damit ihr auf jeden Fall einen vernünftigen Lebensstil habt und nicht nur mit 500 Euro im Monat auskommen müsst. Also das würde ich auf jeden Fall auch mit aufführen. Dann kommen auch noch Personalkosten dazu, aber da wollen wir jetzt erstmal nicht drauf eingehen, denn wir bleiben erstmal klein. Personalkosten kommen dann in einem extra Video. Dann kommen wir noch zu den Abschreibungen. Und zwar die Abschreibungen sind, ist quasi der Wertverlust eurer Tischestühle, Geräte, Fräsen, Lampen etc. Damit könnt ihr zum Beispiel euren Gewinnschmälern. Das klingt erstmal doof, aber ist gut für euch, denn dadurch braucht ihr weniger Steuern zahlen und die Distanz zu den 17.500 Euro wird dann auch verringert. Ein kleines Beispiel. Und zwar, ihr nehmt euren Nageltisch, der hat ungefähr 1.000 Euro gekostet, ist mit Absaugung, Pipapo, allem drum und dran, geiles Ding. Das wollt ihr dann in vier Jahren neu kaufen, weil dann ist der durch, die Absaugung ist vielleicht kaputt oder sonstiges. Dann teilt ihr einfach diese 1.000 Euro, die ihr für den Tisch bezahlt habt. Wenn ihr Kleingewerbe seid, brutto. Wenn ihr nicht Kleingewerbe seid, netto. Durch diese 48 Monate und dann kommt ungefähr 20 Euro bei rum, 20, 21 Euro circa. Und das könnt ihr dann von eurem Gewinn runterrechnen. Und diese 21 Euro circa packt ihr dann auf die Seite jeden Monat und dann könnt ihr euch in vier Jahren einen neuen Nageltisch kaufen. Für solche Dinge wie Laptops etc. gibt es eine Liste, wie lange ihr das abschreiben dürft. Aber wir Nageldesigner sind jetzt nicht davon betroffen, also beziehungsweise von Nageltischen stehen nicht mit in so einer Liste drin. Das heißt, wir können uns selber raussuchen, über wie lange wir das Ganze abschreiben wollen. Das heißt, wann wir uns dieses Teil, Tisch, Fräse etc. neu kaufen möchten. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, ob es 48 Monate sind oder 60. Das könnt ihr euch dann selber zusammenbasteln. So, dazu habe ich hier natürlich auch noch eine kleine Liste vorbereitet. Und zwar, ich lese mal kurz ab hier, kommt in die erste Spalte euer ganzen Produkte rein. die ihr neu kaufen wollt nach x Monaten. Da kommt dann der Netto-Wert rein. Oder wenn ihr Kleingewerbe seid, der Brutto-Wert, also mit Mehrwertsteuer. Dann in der nächsten Spalte kommt die Abschreibungszeit rein. Das heißt, wann wollt ihr euch das Ganze wieder neu kaufen. Und dann in der nächsten Spalte haben wir dann zusammengerechnet, was das Ganze euch im Monat dann kostet, beziehungsweise was ihr von eurem Gewinn abziehen könnt. Das Ganze dann zusammengerechnet mit den ganzen Geräten, Arbeitsleuchten, wie auch immer, ist dann der Wert, den ihr euch dann runterrechnen könnt. Und das war es eigentlich auch schon. Und dieser Wert kommt dann in die nächste Tabelle rein, und zwar diese. Da kommen dann eure ganzen Kosten rein, wie zum Beispiel Miete, Strom, Telefon, KFZ, GEMA, GEZ, was ihr dann alles so an Kosten habt. Ganz wichtig, ihr müsst auf jeden Fall genau sein, nichts vergessen, denn das kann gerne mal nach hinten losgehen. Also genau eure Kontoauszüge nachgucken. Und ja, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, die Abschreibung kommt in die unterste Zeile rein, wie auch schon zu sehen. In der ersten Spalte seht ihr dann, was eure Kosten sind. Da tragt ihr dann ein, was ihr dann so habt, Strom, Miete, wie auch immer. In der zweiten Spalte seht ihr dann, was das Ganze euch jeweils kostet. In der dritten Spalte führt ihr dann einfach auf, wann das Ganze anfällt. Das heißt, vierteljährlich, monatlich oder jährlich. Ja, in der nächsten Spalte kommt dann rein, was ihr dann jeden Monat dafür abziehen müsst könnt. Und in der nächsten Spalte kommt dann die Mehrwertsteuer rein. Wenn ihr Kleingewerbe seid, braucht ihr das, könnt ihr das direkt löschen aus eurem Kopf. Das braucht ihr dann nicht, genauso wie die nächste Spalte. Die könnt ihr dann auch rauslöschen, denn das wäre dann der Nettobetrag in der letzten Spalte. Zum Mehrwertsteuer muss ich noch sagen, es gibt natürlich Dinge, die werden weniger besteuert. Zum Beispiel Nahrungsmittel oder Kultur, Bücher etc. Da gibt es eine Liste im Internet, die könnt ihr euch gerne mal angucken. Und die werden dann nur mit 7% besteuert. Was dazu gehört, ist zum Beispiel auch die GEMA. Da braucht ihr nur 7% Mehrwertsteuer draufzahlen. Das heißt, falls ihr das zahlen müsst und ihr müsst es zahlen, falls ihr ein richtiges Studio habt, fallen da auf jeden Fall nur 7% an. Das müsst ihr dann da eintragen. Und last but not least, ganz unten kommt dann natürlich dabei raus, was ihr jeden Monat an Kosten habt. Ganz wichtig, diesen Wert würde ich wirklich alle paar Monate mal überprüfen. Nicht, dass da sich was reinschleicht, was euch dann das Genick brechen könnte. Denn das ist auf jeden Fall das, was ihr jeden Monat erwirtschaften müsst, um euch nicht in den Ruin zu stürzen. So, das soll es dann heute gewesen sein für dieses Video. War ein kurzes Video, aber ich hoffe, ihr konntet ein wenig Mehrwert daraus ziehen. Ja, diese Videoreihe wird noch weitergehen auf jeden Fall. Wir werden auch noch Personal durchgehen, was ihr da beachten solltet. Ja, wie ihr eure Preise am besten zusammenrechnet, auch noch ganz wichtig. Denn ihr wollt ja auch noch was verdienen dabei. Ihr dürft nicht zu günstig werden, ganz klar. Ja, diese Excel-Tabellen, die ihr hier gesehen habt, die werde ich auf meiner Internetseite zur Verfügung stellen. Die wird mit der Videoreihe immer weiter wachsen. Das heißt, es werden immer neue Tabellen hinzukommen. Die könnt ihr euch dann da runterladen. Link ist unten in der Beschreibung drin. Ja, das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne share, teilen, liken, abonnieren. Alles, worauf ihr Bock habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.